. Schon wieder! Love Island Jan macht zweite Holocaust-Witz Provokation oder versehen? Jan Sokolowski postet ein Haastag, das mit rechtem Gedankennot in Verbindung steht – und das schon zum zweiten Mal. Erst vor kurzem erntete der Love Island-Gewinner negative Kritik für seine unbedachte Ausdrucksweise. . Weshalb macht er den gleichen Fehler jetzt noch einmal? Zu einem Foto in seiner aktuellen Instagram-Story, auf dem er im Fitnessstudio zu sehen ist, schreibt er, Raute Workout macht frei. Eine Anspielung auf die Toraufschrift, die sich vor mehreren von den Nazis geführten Konzentrationslagern befand. Dort stand damals Arbeit macht frei, eine Verhöhnung der Opfer des Holocausts. Ob es sich um ein Versehen handelt, ist fraglich, denn erst Anfang Dezember musste sich der Tatofahn wegen eines ähnlichen Posts mit einem Schrittsturm auseinandersetzen. . Damals nutzte er die exakten Worte der Verantwortlichen des nationalsozialistischen Völkermordes als Haastag, um ein freies Wochenende einzuleuten. . Nach etlichen Hinweisen seiner Follower auf die geschmacklosen Worte löschte er diesen nach einigen Stunden. . Damals brachte es ein User auf den Punkt, ich fühle mich dadurch gekränkt. . Kannst jetzt gerne Mimimi sagen, aber ich habe jüdische Wurzeln und meine Uroma war die einzige aus dem Zweig der Familie, die nicht durch den Schornstein in Wache musste, sondern überlebte. Ich glaube nicht, dass das eine von Provokationen ist. Das sehe ihm nicht ähnlich. . Es ist sicher ein Versehen. . Ein Versehen, aber ein verletzendes. Und dieses Mal? Was denkt ihr? . .